Ambrosia von Serpens steht für einzigartige Feuerschoderbietungen, fantastische Stelzenanimation, lustiges Hexentheater und vielseitige Klaunerie. Ballonmodellage und Kinderschminken gehören zu ihrem Repertoire, ebenso einfallsreiche Programme zu Ostern, Walpurgis, Erntedankfest, Halloween etc. Sie ist überall zu finden auf den kleinen und großen Bühnen Deutschlands, ob Hochzeit, Firmenfeier, Stadtfest, Mittelalterfest, Messe oder Erlebnisgastronomie. Ambrosia von Serpens, vielseitig und einzigartig, macht Ihr Event zu einem einzigartigen Erlebnis für Ihre Gäste. So rufen Sie an und buchen Sie Ihr ganz besonderes Highlight. Ambrosia von Serpens.